...Sendung zur Aufklärung von Kriminalfällen. So ähnlich wie die Sendung Aktenzeichen XY vom ZDF. Es geht heute also um eine Jagd nach einem Täter, die wirklich keine einfache war. Es ist 1978, als ein in Deutschland stationierter US-Soldat im Raum Frankfurt eine Frau vergewaltigt. Der Täter wird ermittelt, er wird geschnappt, er kommt ins Militärgefängnis. Und als er dort seine Haft vorläufig abgesessen hat, kann man sagen.